Servus miteinander, also wer mich noch nicht kennt, ich bin der Berchbräu aus der Königstraß. Ganz freies war das feierliche Wirtschaft zum Berchbräu. Und danach war es eine ganze Zeit lang der Wiener Wald. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für Qualen waren, wenn es da immer so gut nachbratene Kiegerli gerochen hat. Und ich bin von dem Sockel nicht runtergekommen. Ständig sind die Leute da unten rausgekommen, haben schon unter dem Larven angefangen die Kiegerli und noch schlimmer die Backhähnli zu fressen. Ja und meinst, irgendeiner hätte mal was zu mir rauf gelangt? Aber in Wiener Wald geht es ja auch schon lange nicht mehr. Jetzt ist ein Cocktailbord drin, das Maxim. Aber ganz ehrlich, so schlecht, wie in der letzten Zeit ist es mir ja noch nie gegangen. Und dauernd sind Brägerli von mir abgefallen. Mein linker Arm, der war ja schon fast ganz weg. Und sonst war das Feierdrama. Und was ist passiert? Ja man muss halt manchmal einfacher mal ein bisschen Glück holen. In meinem Fall war mein Glück der Altstadtverein in der Wachstraße. Weil denen ihre Mitglieder haben beschlossen, dass die mir helfen wollen. Also ist ein Restaurator beauftragt worden, dass er mich wieder herrichten soll. Und schaut mir an. Weh nein, oder? Ich kann mich bloß tausendmal bedanken beim Altstadtverein. Da kann feier jeder Mitglied werden. Und mit seinem Beitrag solche Aktionen wäre jetzt für mich unterstützten. Schau doch einfach mal vorbei in der alten Freibänke in der Wachstraße. Sind lauter Leute Leute. Da haben wir slide. Vielen Dank.